Eine Arzthelferin ist eine Mitarbeiterin im Gesundheitswesen, die für die Unterstützung der Arbeit verantwortlich ist. Als Arzthelferin sind sie daher eine wichtige Bereicherung für einen Arzt in seiner Praxis, denn eine Arzthelferin nimmt ihnen viele Aktionen ab. Die Arbeit einer Arzthelferin sollte im Allgemeinen als unterstützende Tätigkeit angesehen werden, wie ZB das Beantworten des Telefons, das Vereinbaren von Terminen mit Patienten, das Empfangen von Patienten, das Vorbereiten von Akten und das Kümmern um die Verwaltung. Außerdem sorgen sie als Arzthelferin dafür, dass die Praxis ordentlich ist. Aber auch die Unterstützung bei einfachen medizinischen Eingriffen, wie ZB kleineren Operationen, gehört zur Arbeit einer Arzthelferin. Darüber hinaus kann eine Arzthelferin für die Bereitstellung medizinischer Informationen für Patienten verantwortlich sein. Es ist also nicht so, dass eine Arzthelferin nur für die Assistenz von Ärzten zuständig ist. Die Arbeit und die Verantwortlichkeiten einer Arzthelferin sollten breiter gesehen werden. In vielen Fällen ist es die Arzthelferin, die zum ersten Mal mit den Patienten spricht. Das bedeutet, dass von einer Arzthelferin erwartet werden kann, dass sie den Ernst der Lage richtig einschätzt. Als Arzthelferin können sie für verschiedene Arten von Fachärzten, Allgemeinmedizinern und Betriebsärzten arbeiten, je nachdem, wo genau sie als Arzthelferin tätig sind. Als Arzthelferin dürfen sie in der Regel auch einige medizinisch-technische Aufgaben selbstständig ausführen, wie z.B. injizieren, verbinden, anbringen, erste Hilfe leisten oder Diabetespatienten untersuchen. Es ist daher nicht so, dass Arzthelferinnen nur für administrative Arbeiten zuständig sind.